Mein Name ist Eduard Reiswig, ich arbeite bei Fruitcore Robotics in Konstanz und bin in der Entwicklung tätig. Hier treffen Ingenieurskunst und Know-how auf ein junges und sehr ideenreiches Team, welches den technisch herausragenden, uneinfach zu bedienenden Industrieroboter Horst entwickelt, baut und vermarktet. Wir möchten Unternehmen aller Größe die Möglichkeit geben, einfach und effizient zu automatisieren. Um die Norm für das Betreiben eines Roboters zu erfüllen, bedarf es einer Schutzeinrichtung, die entweder mechanisch oder berührungslos ausgeführt ist. Somit begann für uns die Suche nach Firmen, die qualitativ hochwertige, aber auch leicht bedienbare Laserscanner und Lichtgitter herstellen. Sieg ist dem südlichen Raum von Baden-Württemberg ansässig und weltweit für ihre Sensorik und Sicherheitstechnik bekannt. Was uns überzeugt hat, war die schnelle und zuverlässige Kommunikation auf Augenhöhe und das außerordentliche Problemverständnis. Mit kurzen Telefonaten und E-Mails wurde das Grundproblem identifiziert. Durch die Zusammenarbeit in Form von Workshops und Leihgeräten konnten wir eigenständig unser Problem lösen. Zu Beginn des jungen Unternehmens war verständlicherweise noch relativ wenig Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnik vorhanden. Durch die jahrzehntelange Erfahrung von SIG konnte im Bereich Sicherheitstechnik im Rahmen von Workshops mitunter auch durch die Unterstützung der regionalen Safety Specialists Basiswissen im Bereich Sicherheitstechnik aufgebaut werden. Die Zusammenarbeit mit SIG ist für uns ein deutlicher Mehrwert und durch die Nähe und Kompetenz bleiben keine Wünsche und Fragen offen. Durch den frühen Kontakt war es möglich, Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu begleiten. Dabei war stets die der Austausch auf Augenhöhe Schlüssel zum Erfolg. SIG bietet längst nicht nur Sensorik-Lösungen, sondern sieht sich hier als Digitalisierungspartner. So können wir vielleicht zukünftig von einem autonomen, selbstfahrenden Horst sprechen, der in der Fabrik von morgens ein Unwesen treibt. Wachstum und den Wachstum